Hi Leute, hier ist die Maxi-Play Session. Schauen wir mal, The Shaman King. Geistkragen Modus ON. 60 Cent. Mehr kann ich mir nicht leisten. Und das ist so wie der Indianer Sitting Bull mit dem Expanding Wilds. Und Maxi-Play haben wir drin und da könnt ihr mal den Gewinnplan anschauen. Die Wilds expandieren, wenn man den Scatter bekommt und bleiben dann auch noch am Schirm. Also expandieren tun sie immer und dann bleiben sie am Schirm. Schauen wir mal, ob was geht, Freunde. Ein bisschen zugucken. Der Sound ist schon mal so ähnlich wie beim Sitting Bull. Aber mit 60 Cent ist noch nicht mehr in den Cache-Gams drin. Sound rein da. Schade. Ja, ganz schön animiert. Witziges Spiel. Wie gesagt, der ist ganz frisch jetzt hier. Der PC, der muss sich erst ein bisschen einlaufen. Ist klar, dass du hier auf die Gewinne und Quoten kommst. Brauchst ja viele, viele tausend Spiele. Oh, schau mal. Vierer. Deswegen geht da jetzt am Anfang natürlich nicht so viel. Die Quote mittelt sich ja dann aus über ganz, ganz, ganz viele tausend Spiele. Das ist auch was die meisten nicht wissen. Also diese Prozente oder diese Spielfreude an sich, die ist... dann irgendwann mal ausgemittelt. Das wird ganz schön gemacht hier mit diesen Zeichen hier am Rand. Das ist doch egal. Oder ist das? Wir schauen uns an. Wir kommen gleich zurück. Schade, wir laufen in derunde. Wir kommen hier an, ganz, ganz. Das ist das eine ganze Zeit. Wir kommen hier an als ich an. Der Untertitelung. BR 2018 Ja, dass das aufkommt, ist übrigens auch das Feature am Maxi Play. Also ja, tun offensichtlich mehr Walz auf den Walden. Sind wir drin? Sehr schön. Jetzt schauen wir mal, ob es immer noch so oft kommt bei Freispielen. Bin ich ja mal gespannt, Leute. Bis zum nächsten Mal. Na ja, könnte man auch fast typisch bezeichnen, aber zweimal ist er gekommen. Passt, ja. Plus Zimmer. Ja, Bock auf die Ages ist er reingegangen auf 75, 50 plus 25 Maxi Play. Zehn Freispiele, schauen wir mal, ob wir das Bonos-Symbol rausholen. Schön animiert auch. Die Fledermaus, der flatterig. Die Fledermaus, der flatterig. Die Fledermaus, der flatterig. Ja, das ist doch gar nicht der 그러�ige. Die Fledermaus, die Fledermaus, der flatterig. Ja, die Fledermaus, der bettern ist ja meistens. Ja, die Fledermaus, der flatterig. Da kommt bestimmt der Magixar hin, der ist vorhin dauernd gekommen, und jetzt wird er gar nicht mehr kommen. Die Fatima. Die Fatima. Am Anfang ist es schwer 10 Euro Leute, da kann man nichts machen.